Ich lerne Deutsch. Nummer 12821 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bücher können uns in andere Welten entführen und liebenswerte Charaktere erschaffen. Bücher können uns in andere Welten entführen und liebenswerte Charaktere erschaffen. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Die Stadt ist mit Lichtern geschmückt und die Stimmung ist festlich. Die Portion Salz war so groß, dass ich die Mahlzeit fast nicht mehr essen konnte. Die Portion Salz war so groß, dass ich die Mahlzeit fast nicht mehr essen konnte. Unser Ferienhaus in Thailand liegt direkt am Fluss. Die Aussicht aus dem Schlafzimmer ist atemberaubend. Yoga hilft mir, mich zu entspannen. Yoga hilft mir, mich zu entspannen. Yoga hilft mir, mich zu entspannen. Holst du mir bitte die Statistik aus dem Drucker? Holst du mir bitte die Statistik aus dem Drucker? Energie ist die Voraussetzung für Kreativität. Energie ist die Voraussetzung für Kreativität. Energie ist die Voraussetzung für Kreativität. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wie geht's die Voraussetzung für Kreativität? Wie geht's die Voraussetzung für Kreativität? Wie geht's die Voraussetzung für Kreativität? Untertitelung des ZDF, 2020